Servus, ich bin Daniel Fetz. Ich glaube, ich fang schon an. Welcome to Fetzis World. Meist is good. Guten Morgen am Salmsee. Welcome to Fetzis World. Das Boot war der von uns. Jedes Jahr ein neues Boot. Gehen wir gleich in den Nosepress. Welcome to Fetzis World. Welcome to Fetzis World. Am Boot, am Lift. Alarm, Alarm, was ist da los? Welcome to Fetzis World. Speinkicker und Box zum Sliden. Welcome to Fetzis World. Welcome to Fetzis World. Am Boot, am Lift, wenn's sein muss. Welcome to Fetzis World. Speinkicker und Box zum Sliden. Switch. Unabkömmlich. Switch. Da drüben ist der Lift. Den schauen wir uns jetzt auch mal an. Das Boot. Chill out, Lounge. Genau. Chill out, chill out, chill out. Hey Jungs, jetzt hab ich grad den geilsten Satz gesagt. Mach! Es ist gut. Jetzt sag ich da mal los. Grüß dich. Nach dem Trampolin geht's dann ab aufs, ab aufs, ab aufs, ab aufs, ab aufs Wasser. Zu schnell kann man gar nicht schauen. Und mit der kurzen Leine im sanften Zuge ist es optimal. Sehr gern mach ich auch Wurzelbaum am Boot und am Lift. Und das find ich deppert. Und außerdem ist es auch für mich sehr schön am Trampolin seelischen Beistand leisten. Und auch, wenn's sein muss, den nötigen Tritt in den Allerwertersten verpassen. Switch. Welcome to Fancy's World. Welcome to Fancy's World. Am Boot, am Lift. Alarm, Alarm, was ist da los? Welcome to Fancy's World. Speinkicker und Box zum Sliden. Welcome to Fancy's World. Welcome to Fancy's World. Am Boot, am Lift, wenn's sein muss. Welcome to Fancy's World. Untertitelung des ZDF, 2020